Also Bier schmeckt mir ganz gut, deswegen bin ich auch heute da. Hallo meine Lieben, ich melde mich direkt vom Craft Bierfest Wien am zweiten Tag. Es ist voll am Laufen hinter mir. Die Bude ist, man kann das so sagen, schon rammelvoll. Aber es gibt noch Luft. Ich kann euch nur empfehlen, kommt bald. Es gibt hier 300 verschiedene Biere von 71 Brauereien, willkommen. Super, dass wir da sind, es macht wirklich Spaß. Wir sind jetzt bei Schwarzbräu, wir trinken gerade den Cuvée und der ist wirklich ausgezeichnet. Natürlich ist es Geschmackssache, nur Geschmack ist interfragbar, das heißt Geschmack entwickelt sich ja, Geschmack verändert sich. Wir sind Hobbybrauer. Platz wird freu, natürlich treu! Wir haben heute unseren Bier released da von Next Level Brewing, unsere eigene Marke. Ja, das ist echt gut. Wir haben ein Japanese Pale Ale mit Kokosnoten. Auch da haben wir Tiroler Hausbier Variante. This stuff is amazing. Wien, top. So soll es weitergehen, super. Jetzt geht's ab. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020